Willkommen bei Schmetterling International. Sie werden automatisch zu einem unserer deutsch- und englischsprachigen Mitarbeiter weitergeleitet. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Wir sind für Sie da von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Am Samstag, Sonntag und an Feiertagen ist unser Büro geschlossen. Welcome at Schmetterling International. You will be connected automatically and one of our English and German-speaking consultants will be with you shortly. Unfortunately, you call outside our office hours. You can reach us from Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. On Saturdays, Sundays and German-Bank-Holidays, our office is closed.